So, da sind wir jetzt wieder zu The Park und ja, wir sind hier stehen geblieben bei den Oktotronen und ich würde da jetzt einfach mal reingehen. Denk ich mal, beziehungsweise erstmal ein Report und es durchlesen. Okay, ein Officer auf. Dieses Schippmannskostüm, okay. Also der Mann mit diesem Schippmannkostüm da wieder. Okay. Okay. Der wollte wieder irgendwelche Eisskulpturen machen. Und die alle haben den halt wieder gemobbt. Beziehungsweise niedergemacht, haben sich lustig über den gemacht. Oh Gott, ist der gruselig. Okay. Okay. Irgendwann ist der ausgerastet. Also den Schippmannktypen möchte ich nicht begegnen in dem Kostüm. Ich hoffe, wir werden ihm auch nicht begegnen. Auf jeden Fall war der nicht ganz so beliebt. Habe ich den Eindruck. Okay. Okay. Ist der da drauf? Ich muss da mal, glaube ich, rein. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Ich fahre damit einfach. So. So. I can't get on while it's moving. Achso. Ah. Nochmal. Nochmal. So. Jetzt aber, oder? Kann ich jetzt fahren? Yeah. Und ich habe da irgendwie keine Lust drauf. Wer weiß, was mich jetzt noch so erwartet. Eieiei, macht das einen Spaß. Eieiei. Da ist ein Mann drin. Da ist ein Mann drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das macht keinen Spaß mehr. Oh Gott. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Oh mein Gott. Oh. Oh Gott. Habe ich mich gerade erschrocken. Er ist weg. Das war wahrscheinlich nur eine Illusion von ihr. Okay. Ist der Mann da jetzt immer noch drin? Nein. Okay. Aber das kann man glaube ich wieder starten. Dann starte ich das mal wieder. Und. Lauf mal weiter. Oh mein Gott. Habe ich mich gerade erschrocken gehabt. Okay. Da ist ein. Oh. Mir ein Callum. Okay. Da ist auch der Mann im Hintergrund. Der komische. Und da ist Callum. Ja. 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 Da ist ein. Da ist ein. Da ist ein. Da steht ein Mensch. Traitoris thought. Okay. Da steht ein Mensch. Oh Gott. Ich habe Angst, dass. Ich habe so. Angst, dass hier immer niemand hinter mir steht. Da ist ein Mensch drin. Ich gehe einfach mal den Zettel lesen. Okay. Das ist von einer. Laura Heymann. Die da mal gearbeitet hat. In einem Park. Und. Äh. Geht wieder um den Chat. Der Schippmann. Im Chat geht das wieder. Dass er am Anfang recht lustig war. In dem Kostüm. Am Ende hat es nur noch genervt. Und. Der war gruselig. Oh mein Gott. Der Chat ist echt gruselig. Der ist echt gruselig. Na quite. I don't want to see that chipmunk street ever again. Oh mein Gott. Und da im Hintergrund. Warte mal. Gerade habe ich auch noch was gesehen. Ne. Das ist nicht. Okay. Oh Gott. Oh. Mein Herz. Oh mein fucking Gott. Nein. Ah. Dieser Shad. Der macht mir mega Angst. Das war zwar gerade nicht Shad. Aber dann machen wir trotzdem mega Angst. Hallo. Gnädiger Herr. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Huiuiui. Autoscooter. Ja ja. Geil. Wo sind wir überhaupt jetzt hier? Hier. Constant crashes in 80's music. I guess a float someone's boat. Okay. Mein Bamba Cars. Sind wir gerade. Sideshow Alley haben wir auch noch nicht. Waller Cars Coaster auch noch nicht. Ferris Wheel auch noch nicht. Also die müssen wir noch alle machen. Beim Octotron waren wir mal im Tunnel of Tales. Jetzt. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Ich denke mal ich muss hier wieder ins Dings rein oder ob. da. Ja. Oder muss ich da zu dem der draußen ist. Anscheinend sollen wir das mal untersuchen. Ich bin nehm. Nein, 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 nein. Suffern! Suffern, Deutsche! Suffern und bitte! machen wir uns nicht Configuren! outline nochmal vor dem Aus herein? Gut. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Okay, da hinten muss ich hin. Aber, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Dieses Spiel, das macht mich fertig. Wieder ein Report. Okay. Ein Unfall von Frankis. Der wurde getötet. Okay. Oh mein Gott. Ich möchte hier schnell weg... Was ist denn? Oh mein Gott. Ich gehe mal hier hoch, ne? Ich kann einfach nicht mehr. Ja. 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 Ich weiß, was du mit dem Schrauch auf dem Notepad schrauchst? Als er es mit mir schrauchte, unsere Augen schrauchte. Ich weiß, was du gehst. Meine Frau, Helen, sie... ... einfach ein paar Hilfe. Hilfe war ein Schrauch von Schrauch. Hilfe war ein Tausend Volt, durch meine Schrauch. Hilfe ist eine Schrauch. Ich würde lieber sterben. Ich würde lieber du schrauchst. Ich würde lieber du schrauchst und schrauchst mich. Aber in der Fall meine Sprache sagte, Ja, Sheriff. Bitte was? Okay, das ist krass. Wir lesen mal die Seite. Oh mein Gott. Okay. So viel interessantes Toll steht da jetzt nicht drin. Jetzt sind wir beim Riesenrad. Jetzt sind wir beim Riesenrad. Safe muss ich das jetzt wieder erst langsamer machen, ne? Ich wette da mit dir aber. Hier ist auch noch ein Zettel. Also, sie werden diesen Platz drücken. Das ist mir nicht zufrieden. Okay, und? Äh... Äh... Alter... Unter anderem steht da halt, dass die Fahrgeschäfte sehr gut auf... ... bzw. sehr gut gebaut sind. In der National Winter damals. Allerdings sind... Oh mein Gott, sind hier viele Leute gestorben. Zwei Jahre zuvor. In der Familie mit drei Kills beim Wallercoast ist sie gestorben. Ferrisville haben die Selbstmord gemacht. Und... Viele Kinder sind verloren gegangen in dem Haus des Horrors. Okay... Da müssen wir auch noch rein. Mit unserer Taschenlampe. Und... Viele sind ertrunken in den Tunnel of Tales. Wie man das auch schaffen kann. Zu ertrinken. Ja, ich wusste es. Safe ist, steht hier gleich wieder einer drin. Oder ist jetzt einer gegenüber von mir. Das kann nämlich auch sein. Die Menschen kommen in dein Leben für einen Grund. Und... Dad sagte das, bevor Mom rief. Nach dem, er... meistens nur trank. Die Dinge waren anders für Don und ich. Als wir uns treffen... Ich war auf dem Boden in Susie's Diner. Er kam in mit einigen Arbeitnehmern, aber er hat nicht versucht, zu flirten oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Koffer und stand da, mir zu sehen. Als mein Veranstalt war, er hat mich geholfen. Ich weiß nicht, wie es zu beschreiben. Das sieht ein bisschen verrückt aus. Das sieht ein bisschen verrückt aus. Hey. Was? Da spielen eben gerade eine Mega-Wendung. Einfach mal. Da war der schon wieder... Da war einfach schon wieder dieser Mensch drin. Das ist einfach... Oh mein Gott. Ich starte das mal wieder. Aber das ist so krass. Und das Spiel hat gerade eine Mega-Wendung genommen. Wieso bist du noch auf das Fahrgeschäft da raufgegangen, wenn er gestorben ist? Wenn jetzt jemand hinter mir steht, ne? Nein, doch nicht. Oh mein Gott. Das macht mir einfach Angst. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach nicht mehr. So. Einfach weitergehen. Ja. Ja. Unruh ... Unruh ... Unruh ... Okay, nehmt. Mein Gott, der Elfag ist auf jeden Fall verflucht. Stand da ja schon. Oh mein Gott. Was passiert wieder mit mir? Lauf mir mal den Blick an. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice-supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears. And he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Alter. Oh mein... Das ist so crazy. Klar kann ich nicht. Alter. Als ob der den umgebracht... Als ob die den umgebracht hat. So hat sich das gerade angehört. White Waller Coaster. Oh Gott. Ist da hinter mir gerade jemand? WTF? Hier sind Händler. Oh mein Gott. 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 Alter. Vielleicht existiert dann Callum gar nicht richtig. Sondern er ist schon gestorben. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Als Wandung quasi. Aber das alles seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Park. Und ich würde mal sagen, die nächste Folge kommt am Mittwoch. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Bis denne. Und ciao, ciao Leute. Ciao, ciao.